. 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 Die Einde kommt, meine Damen und Herren! Und damit willkommen zurück zu TV-SOTAL! Seit Monaten trifft sich die gesamte Fußball- und Streaming-Elite montags in einer Kölner Industriehalle zur Baller League. Das ist eine neue Fußball-Liga, irgendwas zwischen Hallenfußball und Gangsterkicken, gegründet von Mats Hummels und Poldi. Und weil das hier um die Ecke ist, hab ich mir gedacht, ja, da geh ich doch mal vorbei und schau mal, wer so alles da ist. Jetzt wollen wir hier natürlich aufs Grün, alle coolen sind aufs Grün. Guck mal hier, ich kenn die alle nicht, die haben Millionen von Followern. Und jetzt komm ich auch, Entschuldigung, wie komm ich hier rein? Hier auf diesen Glaskosten zu laufen, links von hinten rein und dann kommst du da, wo die Trecken sind, wieder raus. Okay, super cool, danke dir. Das wäre mir viel zu falsch gewesen. So, guck mal, wer da ist. Jetzt steht hier, Felix Lobrecht. Hammer! Du bist, weshalb hier? Warum? Ich hab keine Ahnung von der Baller League. Bist du Teammanager, spielst du nachher mit, pumpst du deine Kohle hier rein, was machst du? Ich bin Teammanager und ich pumpe mir hier Kohle raus. Kann man nicht sagen, verdient man hier schon was? So sechs Mark kriegt man, ja. Als Puffy, ne Ernst zu dem, ne Karriere hatte, war er bei Dreisat, Puff Puffs Happy Hour. Und ich wurde damals nicht eingeladen mit der Begründung aus der Redaktion, nee, der ist zu cool hierfür. Und deshalb bin ich da weg, weil ich gesagt habe, entweder lass dir meinen Felix jetzt kommen oder ich bin weg. Ich wollte immer bei TV Total sein, ich hab's geschafft. Wir sehen uns, nur wer weg geht, kann auch wieder kommen. Das ist der Typ, sag's noch einmal. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Meine Chicken Nuggets verbrennen. Das ist er, das ist der fucking, ey, wie geil. Chicken McNuggets verbrennen, der Typ. Hammer. Hallo. Hier ist der Trimax, Teammanager von Hartstack Royale. Und stolzer Tabellenletzter, kann man sagen, oder? Ja, wir machen unseren Namen alle Ehre. Wir sind jetzt schon auch ausgeschieden, wir können es nicht mehr in die Final Four schaffen. Hast du eine Wildcard oder sowas? Wir haben eine Wildcard frei. Verlieren könnt ihr ja eh nicht mehr. Richtig. Hat Puffy jetzt hiermit einen Platz in einem Team? Dann habt ihr wenigstens noch einen super alten Mann dabei. Das ist, das ist, das machen wir. Wie geil. Wen habe ich mir nehmen? Meinen alten Autoball mit dran, den Ovo, den habe ich hier. Und was soll ich machen? Schieß einfach mal. Dann schieß auch. Einfach mal schieß. Das ist dein Tipp? Ja, das ist mein Tipp. Ich glaube, ich habe ein super Talent. Ich kann halt so keinen Fußball spielen, dass ich für andere unvorhersehbar bin. Ich kann dir sagen, gerade für die, die mal höherklassig gespielt haben, sind solche Spieler ganz schwer einzuordnen. Ich bin das dumm dumm geschossen. Darauf kann sich keiner einstellen. Also im Grunde genommen würdest du sagen, ich bin eine Geheimwaffe, die jedes Team verdient hätte. Nein. Sebastian. Hallihallo. Ich kann mich auch hören. Wirklich? Wann? Wo? Weshalb? Im Fernsehen irgendwann Donnerstag, 20.15 Uhr. 22.15 Uhr. Mittwoch. Mittwoch, 20.15 Uhr. Jetzt nochmal von vorne. Mittwoch, 20.15 Uhr. Ist das alles immer noch von der Kopfverletzung? Nee. Das sind andere Schilden. Das sind andere Schilden? Was erwartet mich hier gleich? Boah, ich sag dir, hier brennt der Rasen. Man darf das nicht unterschätzen. So von der Statur, glaub ich an dich. Ja. Von der Haarfarbe nicht. Wie alt glaubst du denn bin ich? 37.15 Uhr. Kannst du jemanden grüßen? In die Kamera? Meinen Onkel aus Gräfrath. Wie heißt der? Reinhold. Reinhold. Oder darf ich Reini sagen? Reini gerne. Reini? Warum bist du hier? Schnell, sag aktuelles Album. Läuft gut, ja. Cool. Heißt? Hey, Wokveen bist ja auch dabei. Autoball, ne? Autoball, Wokveen, Tor. Ist egal. Wir schneiden das eh so, dass da alles bei rum. Kontra-Karmel. Super geil. Unsere Teams spielen gleich gegeneinander. Was hältst du davon, wenn ich nachher ein Tor schießen sollte? Was ist hier doppelt? Kommst du rein. Dann komm ich rein. Ich hab keine Ahnung vom Fußball. Also die Chancen sind gering, aber sie sind da. Machen wir. Ich darf euch noch fragen, McDonalds gibt ja immer so Golden Karts raus. Kann ich für deine Döner-Kette vielleicht auch so eine Golden Karte haben? Komm ich in deine Sendung, ich geb dir die Karte und dann ist alles gut. Das ist der schönste Tag meines Lebens hier. Lukas Brzeulski. Alter. Ja. Neben mir steht Alicia Lehmann, Weltfußballerin auch. Weltmeisterin, Schweizer Nationalspielerin. Ja. Du bist ja auch Team Poldi. Wenn ich ein Tor schießen sollte, wird er aufs Feld kommen und gegen mich spielen. Was wäre ein guter Tipp für mich, dass ich dieses Tor schießen kann? Ich glaube es ist unmöglich. Brauchst du 50.000 Euro? Ja. Dickpics? Ist das noch ein Thema? Ja oder nein? Nicht mehr wirklich. Ich bin verheiratet und jetzt hat sich das erledigt. Das kann auch eine Ehe wirklich am Laufen halten. Also nicht damit aufhören. Never change a winning system. Geht im Sport. Ich überleg es mir mal. Jetzt gehen wir mal zu meinem Team. Ihr seid auf dem letzten Platz. Wisst ihr was das heißt? Wisst ihr was das heißt? Nicht grinsen. Das ist Scheiße Leute. Das ist Scheiße. Letzter Platz ist Scheiße. Aber guckt nicht so ernst. Das schönste und das grünste Gras wächst auf einem Haufen Scheiße. Das heißt ihr könnt grünes Gras werden. Ich habe noch was vorbereitet. Warte. Geht mal bitte. Das ist wichtig. Was heißt das? So. Richtig. Glaubt an mich. Dann bleiben wir auf dem letzten Platz. So. Das war's. Lecker. Was steht da nicht für ein Name hinten bei mir drauf? Was weiß man nicht, ne? Ja. Ja. Vielleicht ist es der Puffpuff? Ja raus, er ist auf jeden Fall mutig mit dabei und dann legen wir auch los. Und das ist das 1 zu 0, 1 zu 1, 2 zu 1, 2 zu 2, und das ist das 3 zu 2, 4 zu 2 für Herbstland-Royal, nur noch 3 zu 4. Und 3 zu 1, danke! Hinein in die letzte Spielminute! 4-4! Schnell, du musst mich einwechseln! Ich war so ein Stück davor, eingesetzt zu werden, so ein Stück davor, aber es war leider zu knapp. Der Coach meinte, ich wäre vielleicht doch nicht die Geheimwaffe, von der er dachte, dass ich sie bin. Aber im Herzen habe ich den Tor geschossen, damit jetzt erstmal zurück ins Studio. Ich muss zur Mannschaft, bitte. Das Finals vor der Border League findet übrigens nächsten Montag live im PSG-Dorf Düsseldorf statt. Zu sehen auf Profit Max & Joint. Das war's für heute mit dem Foto da. Hier geht's jetzt weiter mit Pragmus und Sankt Lava. Und wir sehen uns kommenden Mittwoch um 20.15 Uhr wieder. Bis dahin!